Und mir geht euch dann auf jeden Fall noch ab mit der Maus. Bis dann, ihr Lieben. Falls hier gerade jemand dabei ist, der eine Patenschaft übernehmen möchte. Enorm viel getrunken. Ein bisschen was zum Essen hat. Hier ist noch mal ein Kugel dabei. Wenn man hier wirklich komplett die Hände und die Mundre da und die Arschknochen raus ist. Ja und das war die Temperature hier. Wahrscheinlich der Teil von dem Kalkapierpunkt. Das ist wirklich ganz dünn, da ist echt gut. Schauen wir mal, wie es ist. Das ist auch froh, dass sie uns hier schon zum Vertrauen. Aber das kommt mir ein bisschen froh, dass ich hier nicht besser dann höre. Schauen wir mal. Das ist auch froh. Das ist auch froh.